Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich demnächst wieder Zuchtvideos mache und ja, das ist das erste Video, was jetzt wieder folgt, was täglich wieder ein Update von Jugendtieren zeigt. Und zwar seht ihr, habe ich hier 12 Liter Becken benutzt. Zuchtanleitung kommt auch. Ich bin gerade dran. Ich möchte zum Thema Zucht natürlich nicht zu tief reingehen, aber auch so ausführlich sprechen, dass es jeder versteht und auch jeder Anfänger verstehen kann und daraufhin auch vielleicht Zuchterfolge verzeichnen kann. Aber es fällt mir noch schwer, die richtigen Worte zu finden bzw. den richtigen Videoaufbau. Ich bin noch nicht so zufrieden. Ich hatte es erst probiert, hier bei diesen Pärchen zu beginnen, aber ich bin jetzt nicht so 100% zufrieden, weil es doch ein bisschen amateurhaft jetzt wirkt im Nachhinein. Na ja, auf jeden Fall habe ich hier ein Pärchen angesetzt, was ein bisschen ungleich ist. Ich möchte aber gerne einen eigenen Versuch starten. Normalerweise müsste ich jetzt ein Crown-Tail-Weibchen mit einem Crown-Tail-Männchen verpaaren. Ich habe mich allerdings für mein Hafen-Plakat-Mädchen entschieden und möchte gerne, da sie sehr gute, aus einer sehr guten Linie stammt, CTPK bekommen. Sie ist jetzt gerade hier in der Quarantäne, bevor sie wieder in ihr Becken darf. Ich handhabe das so nach der Paarung, dass ich die Tiere beobachte, ob die auch durch den Stress so wenig oder am besten gar keine Krankheit entwickeln. Das Becken sieht jetzt ein bisschen dreckig aus. Es liegt aber daran, weil es befüllt war und gelaufen ist mit Bodengrund und allen und ich die jetzt komplett geleert habe, aber jetzt nicht unbedingt die Scheiben restlos gesäubert habe, denn das stört die Tiere nicht. Und ja, das ist jetzt nicht unbedingt relevant. Die Pflanzen sind auch nur so dekomäßig. Das ist im Prinzip ein reines Clean-Becken, ein reines Quarantäne-Becken, um zu schauen, ob die Tiere Krankheiten entwickeln. Genau. Das Männchen kommt die Tage auch in so ein Quarantäne-Becken, bis ich dann gesehen habe, ob das Tier das gut verkraftet hat oder nicht. Denn jede Verfahren von Kampffischen ist immer ein Risiko und ich hoffe, dass meine Kleine jetzt noch ein bisschen durchhält. Und zwar sind heute Morgen von diesen schönen Herren, denen ich euch nochmal genauer vorstellen möchte, die ersten Jungtiere geschlüpft und ich versuche, ihn mal so wenig wie möglich zu stören. Seht ihr dort die ganzen Striche und Augen und was da immer runterfällt und hoch sind alles Jungtiere. Diese ganzen Striche. Ich kann leider nur ranzoomen. Ich habe das noch mit einer besseren Kamera aufgenommen, aber ich wollte euch jetzt hier ein kleines Update geben. Also all diese Striche sind alles Babys und der Herr betreibt auch sehr gute Brutpflege, was nicht oft der Fall ist. Und ich hoffe, dass daraus natürlich was wird. Ja, das Becken ist clean eingerichtet. Es sind ein paar Blätter drin, es ist eine Nestbauhöfe drin, es ist eine Schnecke drin, die aus Versehen drin ist. Ansonsten bin ich der Fan von Clean-Becken, da ich einfach bessere Erfahrungen mitgemacht habe. Sieht zwar dreckig aus, aber das sind nur Algen an den Scheiben und die sind sogar positiv, denn da können sich da Mikroorganismen dran bilden, die dann als Futter dienen, denn die Tiere schwimmen morgen übermorgen frei, dann kommt das Bähnchen raus und dann fressen die Tiere dann schon. Ich muss jetzt auch noch Naubliänen ansetzen, nachdem ich Naubliänen fütterte ich am Anfang und noch andere. Ich muss aber gucken, ob die die Naubliänen dann schon nehmen, das ist immer so unterschiedlich. Manche Würfel nehmen die sofort, manche muss man dann noch mit anderen anfüttern. Ich denke, hier sind so 30 bis 50 Larven. Im Schnitt kommen dann 40 bis 60 Prozent durch, also ein kleiner Wurf. Warum ist der so klein, weiß ich nicht. Es waren sehr viele Eier im Nest. Kann sein, dass die Hälfte nicht geschlüpft ist oder dass das Männchen die Hälfte gegessen hat. Das ist immer unterschiedlich und lässt sich jetzt nicht mehr so bestimmt nachhinein. Ich habe ihn auch eher machen lassen, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe diesmal nicht so viel damit geholfen. Normalerweise lasse ich das Licht auch nachts an, aber das Tier hat jetzt nur tagsüber Licht. Ja, Temperatur habe ich aktuell bei 28 bis 30 Grad, da habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Aber all das werdet ihr dann nochmal in einem extra Video sehen. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr euch das Video schaut. Und ich bin schon gespannt, ob dieses Zuchtvideo, was ich bald drehen werde, auch veröffentlicht wird oder nicht. Ich kündige es mal vorsichtig an, also macht euch nicht zu viele Hoffnungen, dass es schnell passiert. Denn ich möchte das, wie gesagt, ausführlich und auch korrekt wiedergeben, dass es auch jeder versteht und so wenig Fragen wie möglich auftauchen. Und natürlich auch es geklärt ist, dass Kampfversuch nicht einfach ist und man auch sich an diverse Regeln halten muss, um Krüppel zu vermeiden. Genau, das wollte ich noch sagen. Ja, ich habe jetzt bestimmt eh irgendwas vergessen. Ja, wie gesagt, wartet nicht unbedingt auf das Zuchtvideo, wird jetzt nicht die nächsten Tage hochkommen. Es wird ein bisschen dauern, weil ich auch noch einen Zucht-Blog-Beitrag dazu schreiben möchte. Aber ich hoffe, euch gefällt, dass ich jetzt wieder solche Videos mache, wo ihr dann tagtäglich als Vlog oder wöchentlich das Update zu den Jungtieren seht. Ich würde mich über ein Abo freuen und natürlich auch über ein Like oder einen Kommentar. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne schreiben und bei allen anderen Belangen auch eine E-Mail schreiben oder Facebook. In diesem Sinne, tschüss! Tschüss! Tschüss!